Willst du mir noch einen? Ja. Kannst aber langsam auch mal deinen Deckel bezahlen, da hat sich einiges angesammelt. Ja, ich weiß. Ich krieg nächste Woche Gehalt und bezahle ich das. Gut, dein Anteil an der Miete ist nämlich auch noch offen. Zibel ist lieber ein durchaus fähiger Assistent. Aber ein OP ist kein Aufwertanz. Privatgespräche gehören ja nicht. Er kann ja nicht jeder so diskret sein wie du. Bei deinem Privatleben wissen wir alle überhaupt nichts. Weil es auf der Arbeit nichts zu suchen hat. Magst du was trinken? Gin Tonic wäre nicht schlecht. Alles klar, ich geh mal bestellen. Hallo Olli. Bestellung nimmt meine Kollegin auf. Wie geht's dir? Wolltest du so nicht zur Nachuntersuchung kommen? War ich schon. Weißt du was, du warst in St. Vinzenz und hast noch nicht mal Hallo gesagt? Ja, den nächsten Termin habe ich auch schon bei einem Kollegen von dir. Aber warum? Leni, machst du das? Komm mal. Hast du jemanden Tag hier bestellt? Ja, ich. Okay, dann bis morgen. Alles klar, Matthias. Ciao. Olli, ich weiß, ich war etwas komisch letztes Mal, als wir uns gesehen haben. Etwas komisch? Du hast mich behandelt wie den letzten Dreck. Aber ich stehe nicht auf Überraschungsbesuch. Und außerdem habe ich gesagt, dass ich keine Zeit habe. Was hattest du? Was? Eure Getränke. Ich muss die Abrechnung machen. Zwei Bier, zwei Dintonic. 16,80. Hier steht es. Danke. Olli, ich weiß, dass du sauer bist. Aber ich muss dir trotzdem was sagen. Aha, und was? Es geht um diese drei Idioten, die dich an Franks Geburtstag verprügelt haben. Das hätte echt ins Auge gehen können. Wie bitte kommst du jetzt darauf? Weil ich nicht will, dass sowas nochmal passiert. Oh, oh. Wenn du das nicht willst, wirst du es natürlich nicht mehr vorkommen. Olli, ich meine das ernst. Ich kann nicht immer da sein für dich, ja? Komm, hier. Selbstverteidigungskurs. Ja. Es laufen zu viele Idioten rum. Ja. Das musst du ja wissen. Olli, tu dir den Gefallen und denk wenigstens drüber nach. Okay? Ich dachte, du stehst auf den Typen. Olli. Also, Butter bei die Filsche. Ich sagst du, Typ, warum du Stress mit Bella hast? Weißt du nur das? Andi. Ihr seid echt solche Tratsch-Tanten? Nein, das nennt man Anteil. Also, was ist los? Ich weiß doch sowieso schon alles. Hier ist einfach so ein Typ, der alles mitnimmt, was er kriegen kann. Wenn es Spaß macht, Leuten falsche Hoffnungen zu machen. Also nimmst du ihm es übel, dass er deine Gefühle nicht mehr erwidert? Ich glaube nicht, dass der fähig ist, Gefühle zu haben. Weißt du, das ist so ein Typ, der Leute benutzt, solange es ihm Spaß macht. Aber dem alle total egal sind, außer er sich selbst. Ich glaub nicht, dass du ihm egal bist. Ach, und weil er mich zu diesem Schwachsinn darüber reden wollte. Wieso? Das klingt doch alles ganz gut. Lernen Sie, potenziell gefährliche Alltagssituationen zu erkennen und zu bewältigen. Die einzige potenzielle Gefahr ist Dr. Johelmke selbst. Hey, die hätten dich beinahe fertig gemacht. Glaubst du nicht, dass es besser ist, wenn du dich das nächste Mal wehren kannst? Nein, das klingt alles nicht so schlecht. Brauchst du mir nicht sagen, dass du seinen Ratschlag angenommen hast. Olli! Olli, hast du mich? Scheiße! Olli! Olli! Du hast da angerufen. Sam! Olli! 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 Was? Das war's. Morgen, Jo. Morgen. Was willst du? Was ich will? Einfach meinen Bruder mal besuchen. Gucken, wie er wohnt. Ja, wenn du Geld brauchst, dann kann ich... Ich will kein Geld, Jo. Ich will einfach nur gucken, wie du hier untergekommen bist und vielleicht einen Kaffee trinken. Hm? Ist keiner mehr da? Gut. Wenn du jetzt hier beschäftigt bist, dann lass dich wohl lieber alleine. Komm schon gut. Komm rein. Es tut mir leid. Aber ich hab nicht viel Zeit. Sag ich dir gleich. Keine Sorge, ich auch nicht. Muss später noch zur Arbeit. Echt coole Bude, ey. Ja, nicht schlecht. Ey, die hatte ich auch mal. Da waren meine alten Kassetten drin, als es die noch gab. Aha. Was hast du da drin? Fingernick. Ist das eine alte Pornosammlung, oder was? Nichts, was sich angeht. Was machst du mich jetzt so neugierig? Sind da irgendwelche Schrumpfköpfe drin oder Organe in Form an der Hüt, oder was? Wie schon gesagt, nichts, was dich angeht. Wie alles in deinem Leben, ne? Was soll das jetzt heißen? Warum machst du so ein riesen Geheimnis darum, dass du auf Männer und auf Frauen stehst? Warum sollte ich euch so was erzählen? Weil wir eine Familie sind und man darüber redet. Weiß ich, ich erlebe hier gerade eine ganz schräge Situation. Kennst du das, wenn jemand einen völlig falschen Eindruck von dir hat? Aber dieser jemand, der echt wichtig ist. Egal, ich dachte, es wäre echt cool, wenn nicht mehr jemand besucht. Was hier wahrscheinlich nicht so oft vorkommt. Ach, du bist aus Mitleid hier? Was wird denn mal besser? Ich bin nicht aus Mitleid hier, ich bin... Komm, vergiss es. Das verstehst du eh nicht. Hey, bin ich hier richtig beim Selbstverteidigungskurs für jedermann? Ja, müsste auch gleich losgehen. Okay, danke. Okay, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Jo, euer Kursleiter. Du leitest den Kurs? Wie du siehst. Warum hast du mir das nicht gesagt? Weil du sonst nicht gekommen wärst. Aber ich freue mich sehr, dass du hier bist. Pass mal auf. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das das Richtige ist, dann warte erstmal, guck zu. Schau dir alles an, okay? Gut. Bevor wir hier handgreiflich werden, möchte ich erst ein paar Worte sagen. Zunächst hoffe ich, dass euch dieser Kurs Spaß machen wird. Obwohl die meisten von euch nicht aus Spaß hier sind. Der eine oder andere hat schon mal Erfahrung mit Gewalt gemacht. Oder kennt jemanden, was genauso belastend sein kann. Es ist nicht leicht, sich einzugestehen, dass man ein Opfer war oder jederzeit wieder werden könnte. Dazu bedarf es Mut. Und genau diesen Mut habt ihr heute aufgebracht, um hierher zu kommen. Und dafür habt ihr meinen vollsten Respekt. Wenn man Opfer von Gewalt geworden ist, dann fragt man sich oft, warum habe ich nichts getan? Warum bin ich nicht weggelaufen? Viele geben sich dann selbst die Schuld, weil sie nicht angemessen reagiert haben. Die Art und Weise, wie wir in Gefahrensituationen reagieren, beruht auf Instinkten, die der Mensch im Laufe der Evolution erlernt hat. Diese Instinkte sitzen tief in uns. Also entweder wir laufen davon, wir greifen an oder wir verfallen in eine Starre. Was kann man dagegen tun? Man muss lernen, gegen diese Starre zu handeln. Kann man das denn? Ja klar. Deswegen sind wir heute hier. Die beste Option ist natürlich, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Also wegzulaufen. Wenn das nicht geht? Dann müssen wir eben angreifen, uns zur Wehr setzen. Was nicht immer leicht ist, wenn wir unser ganzes Leben lang gelernt haben, Konflikte ohne Gewalt und ohne Geschrei zu lösen. Und genau deshalb werden wir jetzt eine Runde schreien. Alles klar. Schauen wir mal. Magst du mal herkommen? Komm, trau dich. Also folgendes. Ich werde jetzt auf dich zukommen. Und ich möchte, dass du mich so laut anschreist, wie du nur kannst. Und am besten streckst du die Hand noch so aus. Okay. Sehr schön. Nicht schlecht. Aber ich bin mir sicher, das kannst du noch besser. Pass auf, ich gebe dir eine Hilfestellung. Stell dir vor, ich bin ein Mammut. Und du willst dieses Mammut davon überzeugen, dass es sich besser nicht mit dir anlegt. Okay? Also mach mal richtig laut. Und hol Tiefluft. Die macht das ganz gut, oder? Ja. Find ich auch. Okay. Gut. Jetzt, wo wir uns alle die Seele aus dem Leib geschrien haben, wird es Zeit, einen Angriff zu simulieren. Ich bräuchte dazu bitte zwei Freiwillige. Okay? Und such den Partner aus, bitte. Ja? Aha. Okay. Also. Ich möchte, dass einer von euch beiden den anderen angreift. Der andere verteidigt sich mit dieser Pratze gegen die Schläge. Aber es ist wichtig, dass sie nicht nur so tut, als ob, sondern richtig zuschlägt. Okay? Kann da nichts passieren? Du hast ja diese Pratze, um dich zu verteidigen. Es kann sein, dass es ein bisschen unangenehm wird. Aber es ist ganz wichtig, dass der Angriff so lebensnah ist wie möglich. Wenn man den Angreifer simuliert, dann muss man sich vorstellen, dass man dem Opfer richtig wehtun möchte. Okay? Okay? Nur wenn der Angriff wirklich realistisch ist, dann kann das Opfer auch die richtigen Reflexe anhören. Gut. Ich schlage vor, du nimmst zuerst die. Okay? Okay. Dann haben wir durch und richtig gegenhalten. Okay? Mhm. Okay. Und du gehst jetzt auf ihn los. Los. Ist da los? Und Oli nicht zurückweichen, du musst dein Territorium verteidigen. Los, ich kämpfe nicht miteinander, sondern gegeneinander. Hau richtig rein! Oli! Oli! Schau auf! Sam! Du hast Hunger! Raus, hab ich gesagt! Du kannst doch nicht auf ihn einsteigen, wenn er am Boden liegt! Aber ich soll's nicht noch... Du, 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 du! Gargeschwein, du! Sag mal, drehst du jetzt fällig durch! Was geht bei dir? Das ist doch total einer an der Klatsche! Tut mir leid. Hey! Du kommst gerade richtig! Ich wollte mir ein paar Eier in die Pfanne schmeißen! Nur Eiweiß natürlich! Danke, ich hab keinen Hunger! Wieso ist doch das Richtige, wenn man sich ausgepowert hat? Wieso bist du nur nicht auf der Arbeit? Na, weil es im Leben Wichtigeres gibt! Zum Beispiel Gelegenheiten, die man nicht auslassen sollte! Kurvige Gelegenheiten, wenn du weißt, was ich meine! Sascha, ich muss kotzen! Und außerdem interessiert mich das nicht! Hey! Ich dachte, du kommst durch den Kurs wieder ein bisschen runter! Dieser Kurs war die beschissenste Idee des ganzen Tages! Wieso? Das kann doch alles ganz gut! Bis auf die Tatsache, dass ausgerechnet Jo der Kursleiter ist! Ja, aber das bedeutet doch nur, dass er dich wiedersehen wollte! Keine Ahnung, was das bedeutet! Ich weiß nur, dass der Typ ein Riesenproblem hat! Mit Beziehung? Mit seiner Psyche! Das heißt, die Sache ist durch? Aber sowas von... Ey, der Typ ist eine tickende Zeitbombe! Danke! Schau. Schau! Schau. 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 Sam, als du von mir gegangen bist, ist ein Teil von mir mit dir gestorben. Sam! Sam, mach die Augen auf! Komm schon, Mann! Komm schon! Verpiss dich, du Arsch! Verpiss dich, du Arsch! Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich dich jemals verlieren könnte, Sam. Hätte ich diesen Schmerz vorher geahnt, was es bedeutet, ohne dich zu leben, ich hätte es nicht ausgehalten. Ich könnte niemals wieder einen Mann so lieben wie dich, Sam. Niemals. H upstream verpassen, 착! Hö ih! VЕida Anfang! Hö ih! Hab ich sie! retard!